Irgendwie, irgendwo, irgendwann wird Nena nochmal nach Wetzlar kommen, diesen Herbst aber nicht. Das Konzert auf dem Strandkorb Open Air abgesagt. Grund, ein Auftritt vergangenes Wochenende in Brandenburg. Die 61-Jährige soll ihr Publikum ermutigt haben, das Hygienekonzept zu missachten und die festen Plätze zu verlassen. Grund genug für die Veranstalter des Konzerts in Wetzlar, Nena kurzerhand wieder auszuladen. Auf Facebook teilen sie heute in einem Posting mit. Nenas Einstellung zum Veranstaltungsformat mit den Strandkörben stimmt nicht mit dem Hygiene- und Sicherheitskonzept überein. Und weiter, als Veranstalter distanzieren wir uns daher von den Aussagen und dem Auftreten der Künstlerin. Im Netz ernten die Veranstalter für ihr Handeln auch Kritik. Ihr seid luschen, immer schön regierungs- und medienkonform sein. Oder lächerlich, nur weil Nena nicht die vorgegebene Mainstream-Meinung unterstützt.